Wir leben in einer von Digitalität geprägten Welt. Ziel der Infotastic Academy ist es, Menschen jeder Altersgruppe den Umgang mit Technik und digitalen Medien näher zu bringen. Dabei steht die Faszination im Mittelpunkt. Wenn wir ehrlich sind, dann steckt darauf in den Erwachsenen oft noch ein Kind. Diese kindliche Faszination gilt es für alle Altersklassen zu wecken oder neu zu entdecken. Dabei lautet unser Motto, gemeinsam Innovation leben. Menschen besitzen einen inneren Antrieb, kreativ zu sein, sich weiterzubilden, sich selbst zu verwirklichen und Neues zu erschaffen. Die Infotastic Academy ist ein Ort, der Menschen zusammenbringt. Bei uns können sie ihre eigenen Ideen umsetzen, technische Innovationen erleben und lernen sie gewinnbringend einzusetzen. So sprechen wir auch Lernende an, die sich für schulische Lernen weniger begeistern können. Wir legen den Grundstein für die Innovation von morgen, halten Fachkräfte, Studenten und Auszubildende in der Region, fördern Netzwerke zwischen Institutionen und Unternehmen und schaffen moderne und einzigartige Freizeitmöglichkeiten für den heimischen Lebensraum und den Tourismus. Das Herzstück dieses Projektes ist die Infotastic Academy im Zentrum von Appendorn. Die Academy ist ein Ort der Begegnung, der gegenseitigen Unterstützung und der Hilfestellung durch Experten. Jeder verwirklicht sich entsprechend seiner eigenen Wünsche und Fähigkeiten. Das Raumdesign ist geprägt vom Konzept New Work, insbesondere durch die Aspekte Kooperation, agiles Arbeiten und Flexibilität. So gibt es Platz für Veranstaltungen, Workshops und Vorträge sowie separierte Raumsysteme für konzentrierte, umgesteuerte Teamarbeit und gemütliche Plätze für selbstständiges Arbeiten. Wir bieten außerdem einen Werkstattbereich mit Facharbeitsplätzen, in dem beispielsweise CNC- und 3D-Druckerprojekte realisiert werden können, sowie auch einen Studiobereich für Film- und Tonaufnahmen. Um ein solches Projekt realisieren zu können, verlassen wir uns auf ein starkes Team. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können sie gestalten. Was uns das für die Region Wege-Land gemeinsam tun. Ich bin dabei. 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 Bist du auch dabei?